Dieses mal lasst ihn laufen, weil wegen der Ender-Crew das wieder so noch fertig wird. Oh, richtig gut, ne? Centro Strider ist einfach ein Lex-Bike, jetzt kann ich dich nicht mehr verfolgen. Muss da ein scheiß Hebel dran, oder was? Bei Centro-Server? Was ist los mit dem Ding da oben? Du bist so behindert, Lenny, ne? Das eine ist ne Storage und das andere ist ne Constructor. Ja! Und wofür brauchst du zwei verschiedene? Oh, damit ich mich in einen reinstellen kann und aus dem anderen wieder rauskomme. Äh, Black? Komm mal eben hoch. Komm mal eben in den Bloodmagic-Raum, nach oben hin. Ja, kurz, Sekunde. Guck mal hier in die fette Energy Cell rein. Bist du wieder instant voll, ne? Was? Ja. Ja, passen 50 Millionen RF rein, die ist nicht instant voll. Ja. Instant voll. Die ist ja fast voll, die ist zur Hälfte voll. Ja. Und ich hab die da seit knapp ne Minute dran. Ja. 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 Komm mal her. Warum macht der nix? Und das wo bist du jetzt? Weil der auch noch, ähm, da, ähm, Mop-E-Sense braucht. Oh, really? Ja, und die kriegt's aus'n Grindel. Ah, also kann der was in ne Farm bauen, oder was? Ja, eigentlich schon, mit Tanks. Dinosaurier, das macht mir Angst. Oh, fecket Kacke. Haben wir, kann man nicht immer see Portal Guns, oder so? Wofür brauchst du die Portal Guns? Dann haben wir den Mop-Spawner hier runter. Musst so'n Tau-Mau, äh, so'n Zauber-Ding Portal machen. Könnten eventuell kurz, ganz schnell eigentlich. Mal mit'n Dreckscleaver, mit Beheading den ganze Zeit drauf. Ja, und eben Wizard klatschen. Ja. Ja. Ich hab nämlich Methode gefunden, wie das voll easy geht, dass du keinen einzigen Damage bekommst. Sonst gib mir das mal. Gib mir mal alles. Ja, am besten. Ganz ehrlich, das nervt hier. Das ist weg. Nicht. Danny, darf ich dich töten? Ah. So mein ich nicht. Wenn hier ein Spaßverderber ist. Es geht auf. Oh, Mop den doch nicht immer. Hey, Lenny. Ich hab mir jetzt ein Tutorial. Ach, Lenny hat seine Zeit wieder geholt. WTF? Ja? Willst du dir schon mal Ziff runter? Ja. Ziff... Hast du schon ange... Ja, ich bin schon. So, so, ja. Äh, zocken wir da dann gleich. Ziff... 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 Lenni, wie lange musst du zockst du noch mit? Jo. Lenni, sollen wir noch bis um 9 hier zocken und dann... Aua! Einwandfrei! Ach, wir haben das gleich schon 9. Lenny ist gar nicht... Ja. Ja. Wir haben gleich schon 19. Die hätte ich nicht. Ja, dann können wir nur zu zweit. Außer, ja... Ja, dann werd ich dir einfach nur sagen, wie man halt am Anfang so... Wo es macht. So ungefähr 3 Stunden, 10 Minuten, ja. Ja, ja. Oh, paar Stimmchen noch. Ja, dann denk ich mal, verabschiede ich mich an. Tschüss? Tschüss? Äh... Was hast du jetzt eigentlich? Was? Wir gehen Ziff zocken. Ach so, ja, okay. Viel Spaß. Tschüss. Ah... Ist jetzt alles gegangen? Ähm... Tony... Ach so. Weißt schon. Jetzt sind wir weniger Leute. Oh, hier ist ein Kaktus, ja, geil, oh... Ja, oh, hier ist auch noch Ghostwood, ja, oh, ja. Versucht erst mal zu researchen. Ja, geil. Ja, geil. Schleck. Oh, Vanillaplant. Oh man, oh. Äh? Ach so, jetzt ist er. Kaktus. Ja. Mmh... Dead Bush, ja, mmh, ja. Oh, Aura-Node, oh ja, jetzt geht ab. Digga, jetzt geht ab. So behindert, DJ. Oh, ein Schleck, Dede. Komm schon. Oh Mann, der hat nix mehr, was er mir geben könnte. Hm, jetzt haben wir noch vier Diamonds, ah, das müssen wir nicht. Oh, ja, Hammer. Zwei, drei. Hier, was ist das? Shit, meine Dias gehen langsam aus. Was glaubst du hier? Ja, tschüss Lenny. Nichts. Das, das will nicht da reingehen, nur hab ich es hier geschickt. Jetzt geht es da rein, aber es kommt ja keine Energie an. Hi Lenny. 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 Ich glaub ich finde ich jetzt keine Augennoten mehr, oder? Rieger ich schon schon. Warum kommt dein Energie an Energie rein? Weil das Ding ist angeschlossen. Deine Mutter. Deine Mutter. Energie. 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 Wenn ich das jetzt auch aufbauen, ist, dann ist auch der Appell für Arsch gewesen. Also die Bandrecher. Die längst von Energie rein. Die längst von Energie rein. Und ich will das jetzt hinkriegen in diesen Schaumkrete. Du bist ein behinderter Typ, ne? Ja, ich weiß. Vielleicht. Nicht du. Ich dachte, das nix. Aber du bist auch behindert. Ich weiß. Oder hast du ein Crus Evercover? Geht doch jetzt. mit output gemacht hat dann kam da auch nichts raus schon schiesse das ist vtf weißt du doch jetzt brauchen wir eine mob farm mit dem grinder toll weiß jemand wie dieses kostet erst geht ach so müssen wir erst mal wieder klatschen das müssen wir jetzt klatschen ja weil dann könnten wir nämlich eine mob fahren wollen ganz einfach damit ihr macht das schon die beiden komm lass uns eine hölle rein zu gehen die verrückten knallköpfe gab es nicht eine funktion dass man wieder spawn eier hatte dass man was spawn eier nein das ist ein hexet ja so ein hexet aber ich wusste das irgendwo ging ja aber dass wir mit verzaubern eigentlich auch warum ist schon wieder lenny tot sein klo das war danach ist sowieso noch mal tot funktioniert ja ja ich stand zu punkte ich glaube jetzt steht ich dauernd drin und wartet bis ein hässiger klo rauskommt hallo ich bin jetzt mal in diesen klo oder was was auf das geld klickt machen wir hier drauf recht klickt jetzt stelle ich mal in die kamer rein die dauernd die dauernd klo fertig noch mal rein ist er jetzt fertig ist er jetzt fertig ja jetzt haben wir Centus geklont hä wo seid ihr denn? du bist so behindert ne? der ist Aids kann man jetzt haben wir Centus klonen? wie einfach ich will nicht mehr geklont werden hä wo ist denn euer Klonstation? wo ist das? unten ach nicht unten ich mach das nicht mach doch mal das ist geil ich fühl mich auch nicht klonen ja ich hab's gemerkt kriegst du einmal Schaden und dann geht das Black Centus hast du das jetzt? nein Leute was ist wo ist das mit dem Klonstation? wir gucken Black hast du es? da wenn du diese zwei einfachen Türen reingehst dann gehst du direkt zur Ecke nein hab ich nicht Hilfe Black du hast es oder? ich hab's nicht ich hab's nicht ja dann muss es Black haben ich hab's nicht ich hab's nicht soll ich den Pooh schicken? hier ist ne Mining Turtle und dahinten sehe ich die ganzen Namen von den Leuten aber ich sehe die Leute nicht bist du dumm jetzt bau du wieder alles ab? ja ich geh wieder runter irgendwo versteht die doch unten da wo die beiden ein... da wo ich meine Kisten sind hä? komm hier komm hier hier vorne da der ist doch richtig und dann gehst du dahinter hier dein Klon schon fertig? hier hinten sind die hier hä hier war eben keine Treppe hä da ist doch keine Treppe das ist nur noch komm wir kommen jetzt Centus raus haaaa hallo guck mal da kommt jetzt Aids raus haut doch nicht halt stopp eben kam da richtiges Aids raus ey wegen Centus du musst hier auf die Kammer rechtsklick machen warum? bin ich denn böse? mach mal mach einfach hier rechts nein ja auf der anderen da oh hier macht irgendwas laut Musik mach das aus mach da rechtsklick drauf und hier rein mach rechtsklick drauf mach ich Aua jetzt musst ein bisschen warten ja muss ich nicht reinlaufen dann reingehen geh rein da geh rein kannst jetzt wechseln musst jetzt Enter drücken ja wieder 100% steht beim Klon da dann Blake dann komm raus hä wo bin ich jetzt? ich war in die Luft geporpt hä wo bin ich jetzt? hey das war dein Klon da gestorben warum warum Weil du einen Klon hast. Ja, jetzt komme ich hier nicht wieder raus. Du sollst einfach nur nach vorne laufen. Kann ich... Kann ich meine... Oh, weg! Ich glaube, das war kein Klon. Diesmal nicht. Ich glaube, das war kein Klon. Boah, das sage ich jedes Mal, wenn ich Lenny töte. Ich dachte, das wäre ein Klon. Ich glaube, das war kein Klon. Aber was habe ich denn jetzt hier schon wieder aufgesammelt? Alles nicht mir. Ich habe mein ganzes Inventar voll mit Kabel gemacht. So, überall auf jeden Slot einen gemacht, damit sie es aufsammeln. Ja, das ist schon mal richtig. Oh, sorry, Centus. Wie kriegen wir das jetzt am schnellst? Ähm, Monster, 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 Monster. Ich verzauber dich jetzt. Wie kriegen wir jetzt hier Monster runter? Black. Hallo, Oskar. Ja, ich mach so... Ich muss so frech gehen. Black, was machen wir jetzt wegen... Wegen Monster mäßig? Du willst da klatschen oder was? Oh, Alter! Du willst da klatschen gehen oder was? Warum haust du da raus? Würde ich sagen, ich war mir jetzt kurz nicht schwer. Ja. Spielst du mit Sif? Kann ich jetzt... Was? Ob du mit Sif fielst? Ich was? Sif. Hast du's? Ja. Nein. Doch. Ich hab sowas schmutzig gemacht. Ich aber nicht. Was willst du? Jacqueline, ne? Michael, komm kurz auf den Server und lass dich klonen. Das musst du machen. Nein, das muss er nicht machen. Vielleicht schafft er... Ich hab die Sachen für eine Resident-Energy-Cell, ne? Wir haben eine Resident-Energy-Cell. Nö, das geht immer nur, wenn wir wollen aufstehen. Auch ein Abend. Jetzt gehen wir kurz kurz noch, so schnell wieder nach einer Stone interviewed! была ja nichts davon geht. Sì, gesagt. Actually,